Herzlich Willkommen in der Kristallklein-Manufaktur. Herzlich Willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, was klingt denn das so schön? Ja, es ist Bergkristall, Instrument aus Bergkristall. Sehr lang klingend und ein warmer, weicher Sound. Die Röhren und Stäbe aus der Essenz des Bergkristalls begleiten uns durchs ganze Leben. Wir können sie spielen zu allen Themen, die uns beschäftigen, für Arbeiten, die wir für uns, für andere machen, für die Persönlichkeitsentfaltung, für Heilsitzungen, therapeutische Begleitung jeder Art. Von der Empfängnis bis hin zur Sterbebegleitung. Das Spektrum ist einfach sehr groß und sehr nützlich als Werkzeug für die neue Zeit. Ja, diese Instrumente können abgestimmt werden auf deine, schon vorhandenen Instrumente. Wir sind sehr flexibel und arbeiten individuell. Du kannst gerne deine Instrumente mit zu uns in die Manufaktur bringen und wir stimmen dann unsere Instrumente auf deine Instrumente ab. Es ist ein Verstärker und ein Transformator, auch für deine Instrumente und für deine, dein Wirken und Ansein. Die Töne des Bergkristalls machen einfach glücklich und froh. Sie berühren uns in der Tiefe der Seele, im Herzen. Man hat beim Lauschen das Gefühl, man ist wie zu Hause verbunden, angekommen an der Quelle, verbunden mit Mutter Erde und allem, was das Silizium enthält. Und es ist einfach fantastisch, macht glücklich. Ja, diese Leichtigkeit und Frohsinn dieser Instrumente ist ein Schlüssel für eine neue Zeit, für ein neues Leben, für ein Neubeginn. Ja, wenn du schon Klangschaden hast, ein Monochord oder Gong oder sonstige Klanginstrumente, das sind sie eine Ergänzung. Wir freuen uns auf einen Besuch von dir bei uns in der Manufaktur. Bring gerne deine transportablen Instrumente mit und wir finden das Richtige für dich. Und lass dich verzaubern von dem wunderschönen, feinen, kristallklaren Klang. Bis bald. Ja, wir freuen uns auf dich. Ja, wir freuen uns auf dich.